hallo zusammen und willkommen bei einer Runde CSGO mein Name ist Danny und ich bin jetzt bei Jabak LP ja mein Spitzname ist Mepschen und ja ich spiele jetzt gerade Gelegenheitsspiel in CSGO wollte kein großes Spiel machen, wollte mich einfach nur mal kurz vorstellen und ja mein Spielstil mal zeigen, welches GO, reden, was für Spiele ich spiele und ja meine Spiele die ich so spiele ist Daisy aber nicht alleine Übrigens ihr könnt mich dann unten in den Kommentaren anschreiben weil ich verlinke unten alles dann könnt ihr mich einfach retten dann können wir ja auch zusammenspielen und ja was spielen wir noch Wrecking Point, Drama, M2, Horror Spiele auf jeden Fall äh ja Payday 2 auf jeden Fall ja so so die Spiele die ich tief spiele und ja ihr könnt ja unten reinschreiben was äh was ich was spielen soll oder was ihr mit mir spielen wollt ja immer unten in den Kommentaren einfach und ja dann würde ich mal sagen das war's für dieses Video wollten wir mal kurz zeigen und sagen halt ihr alles über mich und ja das war's dann vielen Dank fürs Zuschauen lasst einen Kommentar ein Like und ja bis zum nächsten Mal Ciao